Guten Abend beim Wetter. Ja, ideales Wanderwetter haben wir heute. Blick auf den Aachneseg im Hintergrund. Traumhafte Fernsicht. Viel Sonnenschein, das Ganze in 2000 Metern Höhe bei 20 Grad. Ja, Wanderwetter haben wir morgen keines, denn von Nordwesten her breiten sich Regenschauer und Gewitter im Laufe des Tages auch auf den sehr heißen Osten aus. Und die Temperaturen, die liegen im Osten bei 34 Grad. Zehn Grad weniger hat es im Westen, in Vorarlberg. Ja, es wird deutlich frischer. Und das zeigt uns auch der 15-Tage-Trend für Graz. Einen kurzen Rückgang gibt es am Sonntag, da wird es vorübergehend leicht frischer. Und am Montag, da ist dann der Höhepunkt der Hitze. Und ab Dienstag, da kommen dann wieder die Normalwerte für den August. Wir sehen uns um 19.54 Uhr wieder. Bis später.